Orbital Supermix Episode 5 Gelesen von Cecilia Wings Nyland saß in der Klemme. Er war Offizier in einem Gefängnis, das von Piraten halb zerstört worden war und in dem die meisten Gefangenen entflohen waren und jetzt ungehindert durch die Gänge streiften. Die wenigen Kriminellen, deren Leben Nyland und seine kleine Gruppe um Wes Morgan und Kayla Wyrick gerettet hatte, trauten ihm nicht. Wes Morgan, der von ihm gerettete Söldner, dachte wohl auch, dass Nyland ein Narr ist. Und Wyrick? Naja, Kayla Wyrick war seine Therapeutin. Zum Laderaum geht's hier lang, sagte Nyland, als er bemerkte, dass sie eine Abzweigung verpasst hatten. Wir gehen nicht zum Laderaum, erwiderte Morgan, ohne sein Tempo zu verringern. Die Frage, wohin es dann gehen sollte, ignorierte er. Niemandem schien es zu kümmern. Die Gefangenen folgten Wes Morgan stur wie junge Welten dem Alpha-Wolf. Und Kayla Wyrick wollte auch nicht mit Nyland reden. Sie war mit seiner Entscheidung, Martin Browning an die Novadox zu übergeben, nicht einverstanden. Obwohl er es im Serverraum nicht geschafft hatte, herauszufinden, wer Martin Browning war. Allein die Tatsache, dass Nyland es überhaupt versucht hatte, machte ihn in ihren Augen zu einem Feigling. Als sie weiter in das Innere der Station vordrang, hörten sie plötzlich Geräusche durch die Wände. Leises Husten drang durch die Lüftungskanäle. Und dann noch etwas anderes. Ein tiefes Kichern, das nie aufzuhören schien, nie Luft holte. Das Verschieben von papierartigem Stoff. Der Duft von Schweiß und ungewaschenen Körpern drang ihn in die Nasen. Fat Max, der größte Mann unter ihnen, wenn auch nicht an Muskeln, sondern an reiner Masse, blieb wie angewurzelt stehen und blockierte den Korridor. Da, da geh ich nicht rein. Die Tür vor ihnen bestand aus genieteten Stahlplatten, bemalt mit einem weißen Streifen, auf dem nochmal ein roter Streifen gemalt war. Nyland erkannte es sofort. Es war der Eingang zur forensisch-psychiatrischen Abteilung. Ein Freund beschrieb es wie einen Hochsicherheitstrakt, nur dass die Insassen hier unter Zwangsstörungen litten. Jemand im Hochsicherheitstrakt sticht einen anderen möglicherweise für einen Zahnstocher ab. Aber jemand aus der forensischen Psychiatrie würde einen anderen schon abstechen, wenn ihm allein die Stimmen in seinem Kopf sagten, dass dieser überhaupt einen Zahnstocher hat. Die Männer aus diesem Trakt würden auf einer Gefängniswelt wie Portadeck nicht überleben. Entweder, weil sie nicht selbst auf sich aufpassen könnten oder aber, weil die anderen Gefangenen sie aus Angst um ihre eigene Sicherheit töten würden. Nur wenige von ihnen waren tatsächlich während ihres Aufenthalts auf der Station verrückt geworden. Die meisten waren einfach nur Monster, mit denen die anderen Systeme nichts anzufangen wussten. Einige waren zurechnungsfähig, hatten aber so grauenhafte Taten begangen, dass eine zwölfköpfige Jury aus gemäßigten Männern und Frauen nicht begreifen konnte, wie jemand bei klarem Verstand so etwas tun könnte. Nyland konnte verstehen, warum Fat Max diesen Ort meiden wollte. Aber er wusste auch, dass er bei Morgan und Wyrick punkten musste. Deshalb schob er sich an die Spitze der Gruppe und wandte sich ihnen allen zu. Die Männer, die er jetzt ansah, sahen nicht so aus, wie die knallharte Truppe aus Gefangenen, die er beim Versuch, in die Waffenkammer einzubrechen, vorgefunden hatte. Sie hatten viele ihrer Freunde während des Hinterhalts von Martin Kilke nie sterben sehen und waren selbst mit dem Tod durch einen Kannibalen bedroht worden. Diese Männer hier hatten Angst. Hey, was zum Teufel ist los mit euch? fragte Nyland. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass diese Typen euch töten und essen? Denn das ist genau das, was die Jungs da hinten uns versprochen haben. Und wir wissen, dass sie dieses Versprechen einlösen werden. Fat Max starrte Nyland mit seinen Knopfaugen, die durch die gewaltigen kaffeefarbenen Fleischplatten seiner Backen noch kleiner wirkten, an. Dann geh halt alleine rein. Gut, aber weißt du was? Nyland drehte sich um und zeigte mit einer dramatischen Geste auf seine Therapeutin Kayla Wyrick. Blond, mit Diamantohrsteckern und einem Hosenanzug bekleidet, stand sie da. Sie hatte ihre High Heels irgendwo auf dem Flugdeck ausgezogen und trug jetzt nichts weiter als Strümpfe an ihren Füßen. Diese Frau, betonte Nyland bedeutungsschwer, kam dreimal in der Woche hierher als Teil ihrer Arbeit. Und sie geht auch jetzt. Werdet ihr sie etwa alleine gehen lassen? Es stellte sich heraus, dass einige der Männer dazu bereit waren. Aber mehr als die Hälfte beschloss, mit ihr zu gehen. Im Stillen dachte sich Nyland, dass es kein großer Verlust war, die anderen hinter sich zu lassen. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich mich von dieser kleinen Rede geschmeichelt oder beleidigt fühlen soll, sagte Wyrick, als sie langsam in die Station vordrang. Es war das erste Mal, dass sie wieder mit Nyland sprach, seit er ihre Codes benutzt hatte, um mehr Informationen über Browning zu erhalten. Ich habe genauso viel Angst wie Fatmax, bestand Nyland ein. Es braucht Mut zu tun, was du tust. Aber Fatmax blieb zurück, betonte sie. Du nicht. Nyland wusste nicht, wie er dieses Kompliment auffassen sollte. Bedeutete es, dass er sich ihre Gunst wieder zurückverdient hatte? Er wollte das Gespräch fortsetzen, aber da war sie schon wieder weg. Nyland wusste nicht, was er erwartet hatte, wie eine forensische Psychiatrie aussah. Aber was sie hier sahen, glich eher einem Krankenhaus. Medizinische Stationen, Defibrillatoren, an der Wand befestigte Feuerlöscher und Betten aufgereiht an einer Seite des Korridors. Jedes Bett war mit Stützen ausgestattet und naturgemäß sauber und steril. Sie kamen in einen Gemeinschaftsraum mit ein paar verstreuten Tischen, auf denen altmodische Brettspiele lagen. Um einen Bildschirm herum standen kreisförmig angeordnet einige Sofas. Eine Reihe blutiger Fußspuren führte von dort zu einer der Türen. Auf einer Seite des Raumes war hinter einer Plexiglasscheibe die Medikamentenausgabe. Die Tür hing in ihren Angeln und Nyland konnte mehrere zusammengesunkene Patienten ausmachen. Betrockneter Schaum und Erbrochenes hing um ihre Münder und auf ihren Hemden. Wo ist das Personal? fragte Morgan. Niemand antwortete. Die Gruppe drang weiter in die Station vor. Gelegentlich trafen sie auf Patienten, die von verschreibungspflichtigen Medikamenten so zugedröhnt waren, dass sie die Existenz der Besucher kaum wahrnahmen. Wyrick war keine Ärztin und es gab nicht viel, was sie für diese Menschen tun konnte, außer sie zu beruhigen, während sie an ihnen vorbeizogen. Morgan warf gelegentlich einen Blick auf die Karte von Wyricks Tablet. Er schien genau zu wissen, wo sein Freund festgehalten wurde. Sie kamen zu einer Tür, an der sie ihre Codes erneut eingeben musste. Doch zum ersten Mal seit Beginn ihrer kleinen Reise stockte Kayla Wyrick. Das ist der Hochsicherheitstrakt. Wenn ihr Freund hier eingesperrt ist, sollte er besser bleiben, wo er ist und behandelt werden. Ich weiß, wie man mit Herbys Zustand umgehen muss, sagte Morgan zurückhaltend. Herbie? fragte Wyrick mit hochgezogener Augenbraue. Doch wohl nicht etwa Herschel Konicek? Sie kennen ihn. Es war keine Frage, mehr ein Eingeständnis der Niederlage. Als Therapeutin hoffe ich, dass er behandelt wird. Als Frau hoffe ich, dass er in seiner Zelle verrottet. Morgan schüttelte den Kopf. Wyrick hatte nicht um eine Erklärung gebeten, aber er gab ihr trotzdem eine. Herbie war einer der besten Feldmechaniker, die ich je kannte. Einmal wurde unser APC von Vandals angegriffen. Sie jagten das Ding zur Hölle. Der Schaden war so groß, dass sie uns zum Sterben zurückließen. Wir fanden Herbie unter den Trümmern mit einem drei Zoll langen Stahlstück in seinem Kopf. Das Verrückte war, dass er in der Lage war zu gehen und zu sprechen. Von dem Stück Metall in seinem Schädel mal abgesehen, wirkte er auch sonst völlig normal. Wir befanden uns ohne ein Fortbewegungsmittel inmitten einer gigantischen Wüste. Was sollten wir also tun? Zu Fuß zur nächsten Station gehen? Nun, Herbie nahm sich den Antrieb des APC. Montierte zwei Räder dran und dann fuhren wir mit dem hässlichsten Motorrad, das die Welt je gesehen hatte, davon. Morgan machte eine kurze Pause. Dann sprach er weiter. Als wir in Sicherheit waren, brachten wir Herbie ins Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass durch das Metallfregment der Teil des Gehirns beschädigt worden war, der für die Impulskontrolle zuständig ist. Das heißt, was mit den Frauen geschehen ist. Er wusste zwar, was er tat, aber er konnte sich nicht selbst aufhalten. Das hat ihn innerlich zerrissen. Was er seinen Opfern angetan hat, würde ich niemandem wünschen, aber auch er war ein Opfer. Unsere Einheit bestand nur aus Männern. Solange er bei uns war und keinen Landgang nahm, konnte er ein normales Leben führen. Als das Gesetz mich eingeholt hatte, hat es auch ihn eingeholt. Ja, und so ist er hier gelandet. Morgan drehte sich zu der Therapeutin. Tatsache ist doch, wir brauchen ihn, um Nylans eingemottete Flieger zu reparieren. Ich verstehe, dass sie jeden Grund haben, ihn in der Zelle zu lassen, mehr als jeden anderen. Aber ich werde alles Menschenmögliche tun, um ihre Sicherheit zu gewährleisten, Dr. Wyrick. Herbie weiß, dass er sich nicht mit mir anlegen sollte. Wyrick verschränkte ihre Arme. Sie sah erst Nyland an, dann die anderen Gefangenen. Wäre Nyland an ihrer Stelle, würde er jeden Kontakt mit Konischek vermeiden. Aber es gab keinen anderen Weg, die Hornets ohne seine Hilfe wieder in Betrieb zu nehmen. Und das wusste sie. Ihre Wahl war simpel. Der Befreiung Konischeks zustimmt oder von Kilkenny und seiner Crew aufgegriffen werden. Er beneidete sie nicht um ihre Entscheidung. Okay, wir lassen ihn raus. Aber wenn das, was sie sagen, wahr ist und Konischeks Zustand das Resultat einer Hirnverletzung ist, dann wird er nie geheilt werden können. Ich will ihr Wort darauf, dass, wenn das alles hier vorbei ist, sie ihn wieder herbringen. Einverstanden, sagte Morgan schnell. Nyland konnte an Wyricks Reaktion sehen, dass sie noch versuchte herauszufinden, worauf sie sich da eingelassen hatte. Nach einem kurzen Moment gab sie auf und hämmerte ihren Code in die Konsole. Die gepanzerte Tür glitt auf, doch stoppte abrupt. Die Lichter auf der Konsole wechselten von grün auf Orange und zeigten an, dass ein Hindernis vorhanden war. Morgan und zwei Gefangene waren nötig, um die Tür gewaltsam aufzuschieben. Als dies geschafft war, sackte eine Wache zu Boden. Die Augen des Wachmanns waren in ihre Höhlen gedrückt worden und zwei scharlachrote Streifen zogen sich wie verschorfte Tränen über seine Wangen. Der Rest des Korridors war in Blut getränkt. Mehr als Nyland jemals an einem Ort gesehen hatte. Sie fanden einige Leichen, aber auch viele leere Blutkonserven, wie sie normalerweise für Bluttransfusionen benutzt wurden. Der Gestank von Fäulnis und Kupfer hing schwer in der Luft. Herbie? rief Morgan, aber es kam keine Antwort. Doch plötzlich, irgendwo weit weg, glaubte Nyland den Beginn eines hysterischen Lachens zu hören. Es endete so abrupt, wie es begonnen hatte. Das war eine Nachricht an sie. Und alle in der Gruppe wussten es.